Da mich wirklich so viele Leute nach meinem Handy gefragt haben, kommt jetzt mein allererstes Handy-Review. Und damit, yo Leute, was geht ab? Back in dem Game. Remember, mein Name ist wieder der Angel hier für euch am Start. Heute haben wir was ganz Besonderes, das Xiaomi Black Shark. Xiaomi hat sich jetzt auch mal so in diese Gaming-Schiene bewegt, beziehungsweise ist das das erste Gaming-Handy aus China. Und wir wissen ja, Huawei und wie sie nicht alle heißen, machen auf jeden Fall einen guten Job zu den bekannten Marken Samsung, Apple und so weiter. Ich hab mir damals immer gedacht, man, wieso fokussiert man sich nur auf diese zwei Hauptmarken, wenn es doch eine riesige Auswahl von Handys gibt. Ihr müsst entschuldigen, heute ist es ein bisschen heller. Ich hab mich mal in die Nature begeben und die Sonne penetriert mich gerade ziemlich hart. Natürlich, wenn euch das Handy interessiert, ist das natürlich in der Beschreibung und auch auf meiner Seite verlinkt. Gucken wir uns doch mal das gute Stück von außen an. Bis auf die Kameraeinführung ist das komplette Handy aus Metall gefertigt und dabei sind die Akzente von dem Handy in grün gehalten. So eine kleine Inspiration an das Razer ist da schon vorenthalten. Was mich absolut geflasht hat, war die LED auf der Rückseite in dem S verbaugt von Shark. Ich würde sogar sagen, das war der Hauptgrund, wieso ich mir dieses Handy eigentlich geholt habe, weil, okay, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber normalerweise ist alles um mich drum voll mit LEDs, weil ich ein absoluter LED-Junkie bin. Ich würde sagen, das Handy hat so seinen eigenen Stil. Das Ganze ist nicht unbedacht gemacht worden. Dazu kommen wir noch später. Verbaut ist eine Snapdragon 845 zusammen mit einem 4x 2,8 GHz Creo, 385 Gold und 4x ein 1,8 GHz Kyrosilber. Das Handy gibt es in zwei Ausführungen, einmal mit 6 GB und einmal mit 8 GB RAM. Ich habe jetzt die 8. Version, weil wenn ich mir ein Handy hole, da muss auch was können. Dazu gibt es die Auswahl, ob wir das Handy mit 64 GB oder 128 GB Speicher beziehen wollen. Grafikchip heißt Adreno 630, da kenne ich mich aber leider nicht so gut mit aus. Was ich weiß ist, er macht auf jeden Fall gute Arbeit. Das Display ist ein 2160 x 1080 5,99 Zoll massives Ding. Und als ich das Handy ausgepackt habe, habe ich mich so erschrocken, dass das wirklich so groß ist, weil das ist mein erstes großes Handy, was ich wirklich habe. Also für kleine Hände ist da auf jeden Fall nicht für gesorgt. Das Betriebssystem läuft sich auf 8 Oreo MIUI oder so ähnlich. Jetzt kommen wir zu einer der Hauptgründe, wieso ich mir dieses Handy eigentlich gezogen habe. Der 4000 mAh Akku. Er soll bis zu 31 Stunden, 32 Stunden halten und das kann ich nur befürworten. Leider muss man hierzu sagen, dass der Akku nicht auswechselbar ist, was echt schade ist. Genauso wie keinen erweiterbaren Speicherplatz. Also würde ich euch vorschlagen, wenn ihr euch das Handy holt, dann die 128 GB Variante zu ziehen. Was auch mal gar nicht so teuer ist. Und jetzt geht hier die Party ab, Alter. Danke dafür, Nature. Natürlich mit LTE-Breitband. Was bei mir ziemlich komisch ist. Ich kann bis dato mein Handy nicht mit meiner SIM-Karte verbinden, beziehungsweise mit den mobilen Daten. Aber ich denke, das ist ein Fehler meinerseits. Zum einen, weil ich faul bin, was das angeht, das zu registrieren. Und zum anderen, ich benutze dieses Handy momentan einfach nur, wenn WLAN in der Gegend ist. Aber wir gerade schon bei der SIM-Karte sind, es gibt zwei Slots für SIM-Karten. Das ganze Handy wiegt um 190 Gramm, was echt verdammt leicht ist. Die Dicke beträgt rund 9,3 Millimeter, was schon einiges ist. Wir kennen es dünner. Hat noch einen Fingerabdrucksensor, der wirklich fantastisch funktioniert. Der hat bis jetzt, glaube ich, nur zweimal meinen Daumen nicht erkannt. Und das war, nachdem ich gekocht habe. Und was ich sagen kann, dieses Handy ist größtenteils spritzwasserfest oder hält den ein oder anderen Schlag in einem Pool mit Keramikboden aus. Hier mal ein kleiner Einschnitt. Mein Handy ist ins Wasser ge... Ich habe mein Handy im Wasser gedroppt. Ja, das Handy ist mir wirklich ins Wasser gefallen. Und ich habe so dermaßen auf den Keramikboden des Pools gehauen, dass ich dachte, ey, das Ding ist komplett ripped. Aber das Handy hat es ausgehalten. Befürworten kann ich das jetzt nicht für jedes Teil, aber ich kann das schon mal für meins befürworten. Was ich zu den Boxen sagen kann, die sind wirklich klasse. Ich weiß nicht, was da für Boxen drin verbaut sind, aber sie sind wirklich mit viel Bass. Ein Stereo-Soundsystem darf da natürlich nicht fehlen. Auf der Oberseite kommt natürlich ein bisschen was raus. Und der Rest, der bassige Sound, kommt dann aus den Boxen. Was echt krass ist, das hatte ich bis jetzt noch nie bei einem Handy. Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen. Und das ist die Kamera. Gaming ist schön und gut, aber ich muss erst wissen, was das Ding für Kamera, technische Sachen zünden kann, damit sich auch auf Instagram und sonstigen Plattformen gut bedient wird. Selfies werden hier mit einer 20 Megabyte, Megabyte, Megapixel Kamera geschutet, mit einer Blende von 2,2, was ganz in Ordnung ist. Die Pixel werden sogar bei der Innenkamera übereinander gezogen, dass das auch so ein Unschärfeffekt erzielen kann. Leider können die zwei Frontkameras mich persönlich nicht überzeugen. Haben einige andere Flaggschiffe in letzter Zeit ordentlich Besseres auf den Markt gebracht. Trotzdem bin ich absolut zufrieden mit der 4K-Videoaufnahmefunktion. Und ich würde einfach mal sagen, wir schauen doch mal live dabei, wie das Ding vom Handy eigentlich filmt. Let's go. Kleiner Test mit der Selfie-Kamera in gutem Licht. Und das gleich jetzt nochmal in nicht so guten Lichtverhältnissen. 4K-Videomodus mit der Frontkamera. Das Ganze muss ich nochmal nachträglich machen, weil die Aufnahme nicht so wollte, wie ich wollte. Also ich muss sagen, die Bildstabilisierung bei 4K ist, ja, da hätte man was Besseres machen können. Aber auf Full HD ist die Bildstabilisierung wirklich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, das ist auch ein Gaming-Handy und kein Handy fürs Fotografieren. Weil da würde ich das Google Pixel 2 empfehlen. Was ich noch dazu sagen könnte, ist, dass da verschiedene Modis mit dabei sind. Ihr könnt zum Beispiel euer Gesicht in der Selfie-Funktion verschönern. Es gibt viele erweiterbare Sachen, wie ein Unschärfe-Hintergrund dabei. Oh, diese Sonne, ne? Hä? Ich dreh nie wieder raus, Mann. Sogar ein HDR-Modus gibt's mit dabei, was für stärkere Farben und einen stärkeren Kontrast sorgt. Nebenbei gibt's natürlich noch das Feature, dass man alles manuell einstellen kann. Wenn man manuell-Junkie ist, so wie ich, dann kann man alles nach seinen Wünschen einstellen. Neidet denn jetzt das Gaming-Handy im Gaming-Test ab? Verbaut ist eine Art Wasserkühlung, was nichts anderes ist als eine Flüssigkeit, die ähnlich wie bei Laptops verwendet wird. Und da das Gehäuse so einzigartig verbaut ist, hilft das sogar noch, die Kühlung weiter zu befürworten. Also, da haben sie schon was dabei gedacht, ne? Da wird man ja richtig feucht. Was dazugekommen ist für die Gaming-Spezialisten ist ein Joystick, der per Bluetooth mit dem Handy verbunden werden kann. Ich muss sagen, ich weiß nicht, was sie mit dem Joystick bezwecken wollten. Funktionieren tut sehr gut. Man gewöhnt sich sehr schnell daran, mit links zu laufen und dann trotzdem mit dem rechten Daumen zu aimen. Ich find's trotzdem schade, dass der nicht für Rechtshänder gemacht worden ist. Weil man aimt mit rechts und nicht mit dem Zeigefinger. Aber man schießt dann auch mit links. Also für die ganzen Konsolensuchtis unter euch. Ja, wir müssen uns ein bisschen umgewöhnen. Aber wie gesagt, das geht sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut. Habe ich auch zeitweise richtig gute Kills bei PUBG Mobile erzielen können, was extrem gut ist. Und mit dem Gaming-Modus, was integriert von dem Handy ist, wenn man diesen kleinen Schalter an der Seite umlegt, dann kommt man sozusagen in dieses Hacker- und Gaming-Menü. Wo alle anderen Anwendungen geschlossen werden und so viel Speicherplatz wie möglich, danke dafür, freigemacht wird, um die bestmögliche Gaming-Performance ausleben zu können. Was extrem geil ist. Und ich muss sagen, das Handy hält einiges aus. Also ich hab bis dato keine Schutzhülle und nichts drauf gehabt. Hatte das Handy zusammen mit meinem Schlüssel in der Hosentasche. Es ist wirklich sehr, sehr schwer anfällig für Kratzer. Dieses Handy bietet natürlich noch weitere Features. Was ich absolut sexy finde, ist der Type-C-Anschluss. Die Leute, die gerne Kopfhörer mit AUX-Anschluss verwenden. Ihr seht, noch kein Eingang. Das ist auch ganz gut so. Ich bin jetzt eher der Freund von Bluetooth. Ich meine Leute, wir leben in 2018. Aber es ist ja Geschmackssache. Und natürlich kann man mit dem Adapter von Type-C auf AUX oder umgekehrt auch sein Headset anschließen. Oder Kopfhörer. Das Display ist wirklich verdammt gut. Selbst in hellen Situationen macht das auf jeden Fall einen absolut sexy Eindruck. Es spiegelt wirklich nur ganz, ganz leicht was wieder. Und wenn man sowieso eine Anti-Spiegelungsfolie drauf klatscht, dann ist das auch gar kein Problem. Ein weiteres sehr geiles Feature ist der Nachtmodus. Aber es gibt noch viele weitere. Zum Beispiel, dass ihr euch abends in eurem Handy legt. Und in eurem Handy, ja moin, an eurem Handy hinlegt, ins Bett, so. Dann den Nachtmodus einschaltet. Und dann könnt ihr auch ganz bequem mit dem Handy zusammen einschlafen. Weil das reduziert den Blauwert von dem Bildschirm. Und ich habe gespuckt. Aber einen Negativpunkt, nee, zwei Negativpunkte, die muss ich noch ansprechen. Das ist einmal die verbaute LED in der Innenseite. Wenn ihr zum Beispiel eine Benachrichtigung bekommt oder das Ding ladet, dann leuchtet die in drei verschiedenen Farben. Je nachdem, wie der Akkustand sich gerade befindet. Und es kann abends im Bett extrem nervig sein, wenn ihr den Nachtmodus eingeschaltet habt. Und das Handy ladet. Das ist so, als würdet ihr eine Flashbang vor eurem Gesicht haben. Da gibt es noch so ein paar kleine Probleme. Manchmal funktioniert die Kamera nicht. Dann wird die auf einmal in die Länge gezerrt. Oder der Nachtmodus schaltet sich auf einmal komplett aus. Und das ist zwar nicht so cool, aber ich habe damit kein Problem. Ich sage mal so, wir sind alle nicht perfekt, ne? Aber ihr könnt es sein, wenn ihr eine Bewertung da lasst und kostenlos abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. All my bitches get a real hit. She knows if they drop down, screamin' like, yeah. I'ma take her ass down. She bring her ran around. But then I'll be.